Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. So, heute werden wir drei Baumpflanzer bei dem Wrack auf der anderen Seite produzieren. Wo sind wir? Wo sind wir auch? Okay. So, ähm, ich glaube... Oh, wir können gar keine Rakete heute starten, oder? Nö, nö, da wird eine gehen. Das nehmen wir mit. Was auch immer die tut, wir starten sie. Ich glaube, das ist eine Uran, oder? Ah, ja, nein. So, war das Uran? Wir starten die. SAD-Rakete, yeah. Und dann machen wir gleich die nächste. Da drücken wir noch nicht auf den roten Knopf, aber... Wir bauen sie schon mal. Also, was war das? Luftdruck. Guck an. Okay. So, das bringen wir nach Hause. Oh, es wird so schön grün wieder. So. Aluminium voll, Aluminium auf beiden Seiten voll, okay. So, dann mal hier Überhang reinwerfen. Yeah, die Algen bringen wir gleich nach oben. Wir holen Ressourcen und dann gibt es drei Baumpflanzer. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir von hier schon was mitnehmen müssen, aber... Alles gut. So, einmal machen wir... Bakterien. Und die haben wir hier. Alge ist voll Alge. So. Was brauchen wir für die Baumpflanzer? Hier, die da. Wir brauchen drei Zeolib... Naja, wir nehmen von hier mal mit. Drei Dünger, zwei und drei Bakterien. Dünger. Nein, der falsche. Ich glaube, den Zweier Dünger brauchen wir. Eins, zwei, drei. So, und dreimal Bakterien. Bakterien. So, und jetzt brauchen wir noch Rinder. Genau, wir brauchen dreimal Super. Drei Super. Eins, zwei, drei. So, dreimal Superleckierung. Eins, zwei, drei. Und dann dreimal Glitzerzeug. Eins, zwei, drei. Na, drei. Yeah. So, jetzt schauen wir da noch mal her. Ja, auch Sauerstoff geht schon langsam wieder nach oben. Biomasse ist natürlich der Hammer, was sich hier tut. Oh, wie die zahlen sich hier auch. Oh, super. So, wir bauen drei Baumpflanzer auf. Ich bin verkehrt rum. Da verlaufe ich mich immer ein wenig. Keine Ahnung, warum. So. Da könnte man auch schon auf den Knopf drücken, aber zuerst die Baumpflanzer. Oh, schön. Beim Zurückfliegen würde ich gerne bei der Superlegierungshöhle vorbeischauen. Ein wenig Ressorten mitnehmen, wenn man schon dort ist. Oh, die Bohrer. Oh, die Bohrer. So, würde ich auch hier so rund um den Teich hier platzieren. Also zum Beispiel einen da oben. Das wäre ein schöner Ort hier. Oh nein, es fehlt uns die Rinde. Oh, die Rinde. So, nein. Jetzt. Ja, manchmal will er nicht so richtig. So. Wir holen uns da einmal die Rinde. Und Rhymedons. Und Rhymedons. Ja, wir hätten es aus dem auch, aber da waren wir schon lange nicht mehr drin, habe ich so das Gefühl. Ah, die hängen zusammen, okay. Dann holen wir es uns von da auch noch. So, wie das hier rumgehob ist, sorry. Wo waren die? Die ist doch da. Ach, hier am Ende des Ganges. So, wir nehmen aber noch die mit. Ja, passt. Ich denke, es passt so. So, dann rüber mit uns. Ah, schön. Unser Planet. Super. Es hätte mich trotzdem sehr gereizt, wenn wir es im Hardcore-Modus nochmal probiert hätten. Aber, ja, alles gut. Bis Ende Mai soll ja das neue Update kommen. Auch ein wenig Content und so weiter. Und dann könnten wir es uns ja wieder ansehen. Irgendwann mal. So. Komm mal da drauf. Dann würde ich sagen, hier. So. Zeig mal, was du kannst. So. Und den... Könnten wir da setzen. Auch hier auf so einen Hügel. So. Da werfen wir mal den da rein. Und dann bin ich mal unsicher. Und zwar die Überlegung. Hier oben. Ach komm, wir machen das einfach hier oben. So. So. Wenn das zu nah am Wasser ist, denke ich, weiß nicht. Aber es sieht doch gut aus, wenn das Wasser dann so umrahmt ist. Dann holen wir uns ein wenig Superlegierung. Schwimmen die da? So. 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 Auf zur Superlegierung. Ja. Ich finde, der Schluss hier, das zieht sich doch etwas dann. Aber für Early XS der Hammer. Super. So. Ich mag das. Ich mag das. So. Wir nehmen das mal alles mit. Dann haben wir hier noch alles mit. Gut, dass wir den da haben. So. Und zwar. Die würde ich gerne alle. Die würde ich gerne alle. Die würde ich auch gerne. Ach komm, das ist Silizium. Mach mal auch weg. Bam. So. Super. So. Und den Rest von hier. So. Alles schön sortieren. Die kommen weg. Und hier einfach alle. Yeah. Bam. Oh. Schön. Die Bohrer bohren. So. Dann haben wir drei weitere Baumsamenstreuer platziert. Das ist gut. Ich habe mir auch überlegt, ob wir da auch so Algenteile machen. Auch da vorne in den Teich. Oh. Es hört wehtun. Ja. Wir fliegen nach Hause. Schön in der Höhle fliegen. Da passiert uns nichts. So. Dann haben wir unsere Superlegierungsvorräte aufgefüllt. Dann würde ich sagen, wir fliegen noch eine Iridium Runde. Eine kleine. Ich glaube, dass das gut wäre. So. So. das haben wir da als Überhang dabei. Super. Direkt in die Base jetzt. Oder was? Die verfolgen einen doch. Ein Silizio. Oh. Aluminium. Okay. Normale Ressourcen waren es. Das ist okay. So. Dann fördern wir hier mal. So. Dann fördern wir hier mal andere Ressourcen, die vom Himmel fallen. So. 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 Was brauchen wir für... Ja. Das ist klar. So. Jetzt schauen wir mal, wie viele Bombs haben wir haben, ohne dass wir neue sequenzieren müssen. Waren das noch zwei? Waren das noch drei? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Schauen wir mal auf. Zwei haben wir. Gut. Also für die zwei könnten wir, könnten wir noch bauen von den Pflanzenbau. Die Pflanzenbau. So. Zwei davon. Dann brauchen wir zweimal Bakterien. Zweimal Rinde. Zwei Legierungen und zwei Glitzerzeug. So. Eins und zwei. Und zweimal Glitzer. Das war's dann auch mit Glitzerzeug. nearly alle Realität. Na, da kommt jemand zu uns nach Hause. Und wir kommen nicht mehr durch. Nein. Wir sind eingeschlossen. Gut, dass wir so viele Ausgänge und Eingänge haben. So. Dann mal rüber. Dann pflanzen wir nämlich noch ein paar mehr Bäumchen dort. oder drüben bei unserem Gate, das wir auch schmülen, machen wir das dort drüben. Machen wir das bei unserem Gate. Ich werde die nicht abreißen. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir da vorbeikommen, denke ich mir immer, oh wie schön eine Blume. Ja, man kann es natürlich ausreißen, in so ein Ding reinstopfen. So eine, wie heißen die? Ähm, die da. Wedge Tube. Ja, aber so frei wachsend, viel schöner, viel, viel schöner. So, dann neue Bäumchen. Hier, da ist doch super Platz für Bäumchen. Ein super Platz für Bäumchen. So, nämlich, äh, hier. So, super. Wirklich rein mal, das Bäumchen. Da. Das ist ja schön hier. Holen wir mal kurz Luft. Ah. So, da könnte man eigentlich auch. Okay, der reicht bis hierher. Dann machen wir einfach hinter unseren Türmchen einen. Ja, da könnte man natürlich auch noch einen, aber so da, hier. So. Und rein damit. Wahnsinn. So, rauf. Rauf, rauf, rauf. Und hier. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich toll. So, da würde ich sagen, machen wir hier die Innenleiter. Ja. Ja, ist gut. So, und dann da. Will er nicht drauf? Truff. Der muss drauf. Will er nicht. Okay, machen wir mit dem. Der will auch nicht. Das ist aber seltsam, oder? Das ist doch seltsam. Und jetzt. Oh. Ja, da müssen wir es so dran setzen. Dann geht es halt nicht anders. Stimmt das überhaupt hier? Ja, stimmt schon. So. Dann gehen wir nochmal rein. Löschen den. Hier. Und machen ihn dafür hier. Hier. Ja. So. So. So, dann probier mal hier wieder draufsetzen. So. Wo ist das? Da ist das. Wo ist das? Da ist das. Da will er nicht. Da will er nicht. Manchmal seltsam. So. Oh, Meteoritensturm, oh. Aber was für welche. Wahnsinn, wie das aussieht. Super. Da ist das. Da ist das echt schwierig zum Weiterbauen im Moment. So. 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 haben wir das mit eisen dann noch das zeug mal sortieren das heißen immer gleich wieder aus was brauchen wir für fensterchen fensterchen eisen kobalt und da haben alles also kobalt da würde ich oben da wo wir jetzt sind ganz egal wie hoch würde ich noch ein paar fenster hinsetzen sehr schön da gibt es auch noch da gibt es auch noch so hat es gepasst und er hier so vielleicht von hier wenn ich hier ganz langsam versuche ohne mir die füße zu brechen so einmal noch so ging es irgendwie jetzt latente höhenangst schön langsam wird es was so sagen die nächste leiter so jetzt immer oben super wenn wir hier fensterchen machen so fensterchen oh ja und wir sind fast fast sind wir da so in die richtung machen wir auch mal in die richtung machen wir auch und da werde ich eine tür einbauen wollen so eine nottür genau wenn dann können wir von hier aus zur anderen tür und hier vielleicht diese plattform die werden wir jetzt auch übrigens abbauen so heftig heftig super ist das so meine lieben heute ein wenig kürzer vielen dank fürs dabei sein und wir sehen uns wieder in der nächsten folge bis dann tschüss